Fellner. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig. Unparteiisch. Und wirklich kritisch. Fellner. Live. Edi Finger Junior. Mein Sohn wurde krankenhausreif geprügelt. Ja, willkommen zurück bei Fellner Live auf OE24 TV. Zu Gast bei mir Edi Finger Junior. Heute einmal in einer etwas anderen Rolle als normalerweise. Normalerweise ist Edi Finger Junior eigentlich immer einer, der einen Spaß auf den Lippen hat. Diesmal ein sehr ernstes Thema. Ihr Sohn wurde an diesem Wochenende gleich hier vor unserem Studium, muss man sagen, nämlich am Wiener Karlsplatz brutal verprügelt. Wurde jetzt in Sackerhauch eingeliefert. Was genau ist passiert? Und wichtigste Frage natürlich, wie geht es ihm so? Ja, fangen wir von hinten an. Also dem Edi geht es den Umständen entsprechend. Es geht ihm gut. Er ist aus dem Spital heute entlassen worden. Er liegt jetzt zu Hause. Der Nasenbeinbruch ist da. Er hat einen offenen Nasenbeinbruch. Der wird verheilen. Er hat dann noch eine Nachuntersuchung, weil es bei der Nasenscheidewand ein paar kleine Problemchen gibt, so sagt der Arzt. Dazu die Gehirnerschütterung und einige Schädelprellungen. Er hat mit dem Edi Lang drüber geredet. Er hat gesagt, er weiß selber nicht, was wirklich passiert ist. Sie waren zu viert fort, er mit seinen Freunden. Das Ganze ist an der Nacht von Samstag auf Sonntag. Genau, es war so knapp um Mitternacht herum, von Samstag auf Sonntag. Sie waren in der Stadt, Hetz und Gaude, haben eigentlich fast keinen Alkohol getrunken, also eine nüchterne Partie. Und sind dann, haben beschlossen, wir fahren mit der U-Bahn nach Hause. Wir sparen uns das Geld fürs Taxi, weil wir haben nichts getrunken. U-Bahn. Okay. Dann gehen sie zur U-Bahn, zur Karlsplatz-U-Bahn. Und da gibt es eine Rolltreppe hinunter. Und sie kommen hin zu dieser Rolltreppe. Und da stehen zwei schwarze Männer neben der Rolltreppe. Und der Edi hat gesagt, wir haben weder Augen noch Blick noch Wortkontakt. Wir sind vorbeigegangen, aber du spürst ja jemanden, der dort steht. Und dann waren sie wie eine Perlenkette, der erste Freund, der zweite Freund, der Edi und der vierte Freund. Und plötzlich habe ich gesagt, wir fahren runter und auf einmal geht es los. Sein Freund dahinter ist als erster sofort attackiert worden von beiden. Dann der Edi. Also das waren die zwei Vorderen, denen ist gar nichts passiert. Die sind geflüchtet. Die waren aber die Retter, denn die haben den Alarmknopf gedrückt. Und dann ist die Rolltreppe nicht stehen geblieben. Und es sind sofort Mitarbeiter von den Stadtwerken gekommen. Und dann sind die zwei geflüchtet. Und war das ein Überfallversuch? Wollten sie etwas stehlen? Wurde etwas gestohlen? Ich habe mit einem befreundeten Anwalt gesprochen. Also in der Causa mit dem Edi haben sie keinen Überfall gemacht. Sondern sie haben sie einfach brutal attackiert und niedergeschlagen. Der Anwalt meint, es gibt aber dann manchmal schon den zweiten Schritt. Wenn das Opfer dann nicht mehr wehren, kann sich nicht mehr wehren, der liegt da. Dann gibt es schon auch den Griff nach der Brieftasche. In dem Fall war es aber nichts. Also das wäre jetzt falsch. Von den beiden Tätern fehlt jede Spur oder gibt es mittlerweile Hinweise darauf? Nein, es gibt ein Video. Die Polizei wird das auswerten. Und die Mitarbeiter in der Opern haben gesagt, sie glauben zu 100 Prozent, dass die Polizei mit ihren Ermittlungen diese zwei finden wird. Wie hat denn Ihr Sohn das verkraftet? Ich meine, Sie haben eh gesagt, gesundheitlich geht es ihm zum Glück besser, aber sowas hat ja auch psychische Auswirkungen. Wie geht er damit um? Ja, es ist, wie soll ich sagen, ich glaube, er hat es noch gar nicht realisiert. Er ist sogar in so einem eigenen Zustand. Ich weiß nicht, soll lachen, soll weinen. Ich sage immer, Edi, schau. Du hast alle Zähne, klingt teppert, aber es ist so. Du hast keinen Kieferbruch, sei froh. Weil mit so einem Sturz, wie haben wir das gesehen in Berlin, ist auch so etwas Ähnliches passiert einmal. Du kannst schwerst verletzt werden. Seine Verletzungen sind schwer, aber es gibt noch einige Stufen darüber. Ich glaube, dass diese... Er ist immer noch unter Schock, glaube ich. Das dauert ein paar Tage, bis das rauskommt. Eins weiß ich sicher, die Wiener U-Bahn, glaube ich, das wird nicht mehr sein Verkehrsmittel. Also U-Bahn wird er sicher nicht mehr fahren. Sie selber haben ja auch ein sehr emotionales Posting, logischerweise als Vater, auch abgegeben oder gepostet. Wie nahe geht Ihnen das denn? Wahnsinn nahe. Weil ich mir das nicht vorstellen kann, dass man einen wildfremden Menschen ohne Grund, mit voller Wucht, mit der Faust, mitten ins Gesicht strickt. Das ist für mich so unbegreiflich. Ich meine, ich bin in meinem Leben schon über Menschen geärgelt. Was sagt man? Den bringe ich um. Aber du machst das ja nicht. Aber dass man das macht, ich hätte mir das nicht vorstellen können. Und ich habe auch so einen Vergleichsfall, auch im Sport. Ja, da hat von der einen Mannschaft gegen die andere Mannschaft dem Kraft. Okay, das waren Fanatiker, Anhänger, Deppen. Aber einfach einen Menschen, den man nicht kennt, noch nie gesehen hat, hingeht und brumm und das mehrfach, das ist unbegreiflich für mich. Also ich bin auch, wenn ich ehrlich bin, ja, ich bin auch ein bisschen unter Schock. Jetzt gab es ja in den letzten Monaten, Jahren eigentlich schon, muss man sagen, immer wieder Zwischenfälle in der Wiener U-Bahn. Sie haben eh gesagt, für Ihren Sohn ist das jetzt vergleichsweise ja noch glimpflich ausgegangen, wobei Gehirnerschüttung und Nasenbeinbruch... Das ist eine schwere Körperverletzung juridisch. Auch eine schwere Körperverletzung, aber es hätte schlimmer ausgehen können, haben Sie selber gesagt, also wir erinnern uns an Berlin. Werden Sie selber noch mit der U-Bahn fahren, beziehungsweise fühlen Sie sich noch sicher in der Wiener U-Bahn? Was mich ärgert ist, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich mit dem Auto fahre, sehe ich hunderte Polizisten in den Autos herumfahren, zu zweit, zu dritt, zu viert in den Autos. Ich habe noch nie einen Polizisten in der U-Bahn gesehen. Und ich glaube, die Wiener Polizei sollte auch einmal weggehen von ihrem System des Schönen. Es ist jede Statistik gescheuert. Ich kann ein Problem nur bekämpfen oder beseitigen, wenn ich es ehrlich angehe. Es passiert in jeder Millionenstadt irgendwas. Aber in Wien darf nichts passieren und wenn etwas passiert, rennt man nicht drüber. Und das ist falsch, glaube ich. Ich glaube, man muss den Schritt machen und ich glaube auch, es ist an der Zeit, dass auch in der U-Bahn die Wiener Polizisten mitfahren und dass sie auch in den U-Bahn-Stationen stehen. Das gibt auch den Leuten ein Gefühl des Schutzes. Sie selber werden noch U-Bahn fahren oder nicht mehr? Nein, ich bin nicht der typische U-Bahn-Fahrer, sage ich jetzt einmal, aber ich weiß, dass es in Wien eine sehr kurze U-Bahn mit 80 Kilometern gibt. Aber die ist auch gefährlich genug. Generell fühlen Sie sich unsicher, wenn Sie in Wien auf die Straße gehen? Es ist so, das mit der Sicherheit, das ist ganz einfach zu beantworten. Du fühlst dich so lange sicher, bis der andere am Schädel haut. Das ist jetzt schon jetzt passiert. Die Idee hat sich super sicher gefühlt, bis am Samstag um 0 Uhr. Und dann auf einmal ist das nicht mehr. Die Sicherheit ist ja nicht, oder die Unsicherheit ist ja nicht was Latentes, was irgendwo herumschwirrt. Jetzt bin ich unsicher. Sondern, pff, und es passiert. Und das ist etwas, was mich eigentlich sehr bewegt. Ich weiß es auch von meiner Tochter, die studiert jetzt in London. Die Viktoria, die ist 23. Die fährt in London mit der U-Bahn. Dort sind Polizisten zuhauf. Also, dort passieren natürlich andere Dinge, leider. Aber sie hat gesagt, sie fühlt sich in London sicherer in der U-Bahn als in Wien. Abschließende Frage. Ihr Sohn, haben Sie gesagt, der ist ja noch im AKH. Wie lange muss er noch? Nein, er ist heute in das Haus gekommen. Aber er muss zwölf Tage Bettruhe haben. Und muss dann zu einer Nachuntersuchung mit dem Kopf. Und dann muss er zu einer weiteren Nachuntersuchung mit der Nase. Also, die nächsten, sage ich einmal, 14 Tage, braucht er sich nichts Lustiges vornehmen. Aber ich hoffe, es muss weg. Man muss schauen, dass man so schnell wie möglich muss der Gedanke weg. Nächster Schritt, nächster Gedanke. Es hat gar keinen Sinn, wie man dem nachtrauert. Und ich bin sicher, der Edi schafft das. Man kennt Sie, Sie sind jemand, der immer einen Schmäh auf den Lippen hat. In so einer Situation können Sie ihn da ein bisschen aufmuntern. Oder sind Sie sogar der Schmähstaat und fehlen Ihnen da die Worte? Naja, es ist einmal schwer. Mein erster Schmäh ist ja, offener Nasenbeinbruch macht einen Menschen nicht extrem schön, sage ich jetzt. Das ist klar, da oben ist die Nasen offen. Jetzt muss es so tun, wenn er nicht wäre. Wenn ich sage, Edi, wie schaust du denn du aus? Das geht nicht. Das ist ja gebetet. Das sieht man fast gar nicht. Das ist so meine kleine Art. Aber so richtig Schmähfühlen tun wir noch nicht. Aber ich bin überzeugt. Zwei, drei Tage und dann. Das kriegen wir hin. Geht's wieder. Herr Finger, vielen Dank für den Besuch im Studio. Gute Besserung natürlich an Ihren Sohn. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's gleich spannend bei uns weiter.